Moin, sagt der Mon! Willkommen zu Formel 1 2018! Ja, so sieht das aus. Also, ja, kurzer Preis von Italien heute bzw. morgen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich habe mich erkältet. Es ist wahnsinnig toll. Alleine an diesem Wochenende. Normalerweise ist es mir egal, an welchem Wochenende ich mich erkälte. Aber genau an diesem Wochenende bin ich krank geworden. Ganz schlecht. Warum das ganz schlecht ist, ähm, ja, das werdet ihr die nächsten Wochen werken, warum das ganz schlecht war oder ist. Das Spätzentempo ist hier absolut entscheidend. Bei den vielen langen Geraden sollten die Abtriebseinstellungen so niedrig wie möglich sein. Es kommt darauf an, die Bremspunkte gut abzupassen und sauber aus den Haftungszonen herauszufahren. Jo, deswegen, damit wir das heute alles sehr schnell und sehr kurz gestalten, versuche ich das möglichst alles hier fix auf die Reihe zu kriegen. Deswegen Husten, Schnupfen, alles ist drinne. Auch heute wird es drinne sein. Ich hoffe, die nächsten Wochen wird das dann ein bisschen weniger sein. Wahrscheinlich ist es einfach nur so dieses Klassische. Heute mal ein Hoch und morgen ist alles wieder gut. Ähm, kann gut sein. Kann auch nicht sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es so. Äh, also von daher... Äh, also von daher... Äh, also von daher... Alles wird gut. Ich weiß, der Flui, wenn der sich das hier anguckt, wird er sagen, Äh, warum hast du aufgenommen? Äh, hättest du doch schon können pischen. Ja, das hätte ich tun können. Aber... Dann hättet ihr hier heute keine Folge gehabt. Und, ähm... Ja, da muss man überlegen, ob man das, das... In welcher Richtung man das machen möchte. Ob man jetzt sagt, so von wegen, Ja, hm, neue Folge oder eher so, Ha, nein, dann warten wir noch. Deswegen, wir versuchen einfach, das mal so auf gut Glück rauszukriegen. Ähm... Wie das dann grundsätzlich läuft. Also, wenn ich jetzt schon hier beim Training merke, dass das hier nichts wird... Ja gut, dann wird es das Rennen nicht geben. Dann wird es das... Dann wäre es das erste Mal, dass es dann einmal das Rennen nicht gibt. Am selben Tag. Äh, also am... Äh, bis, was ich meine. Tag später. Tag später. Als sonst. Großer Preis von Italien. Ähm... Ja, man kann es eigentlich so sagen, wie es ist. Es ist eigentlich die anfängerfreundlichste Strecke, würde ich sagen. Also, ähm... Wenn man Formel 1 fahren möchte mit jemandem anders, Nimmt Italien. Das ist das Einfachste. Hier kann man am wenigsten Fehler machen. Tendenziell. Grundsätzlich viele lange Geraden. Lange Passagen. Und bei den Kurven muss man halt hier abbrennen. Hier ist die schwierigste aus meiner Sicht. Dann werden wir auch wahrscheinlich im Rennen Probleme kriegen. Also in der Kurve hier. Und vielleicht in der hier. Dann dreht man sich auch mal gerne raus. Aber sonst. Eigentlich eine relativ easy Strecke. Aus meiner Sicht. Natürlich können wir anderer Meinung sein. Sagt so von wegen... Ach, der große Preis von Österreich ist viel, viel einfacher. Aber... Oh. Möglich ist es. Ich werde hier zwischenzeitlich immer mal wieder gerne viel bremsen. Liegt aber daran, dass wir eben... Wie ihr noch wisst. Am letzten Rennen in Belgien. Ja. Einfach mal einen Ausritt sonst wo gemacht haben. Und deswegen eigentlich alles verloren haben. Ja. Apropos Belgien. Ich habe in Belgien Rennen gesagt, dass das nächste Rennen in Singapur ist. Ich habe ehrlich gesagt den großen Preis von Italien irgendwie... Danach in Erinnerung gehabt. Also erst kommt Singapur und dann Italien. Aber das ergibt natürlich kaum Sinn. Weil Italien ist glaube ich einer der letzten europäischen Rennen im Rennkalender. Ich glaube schon. Ich sage jetzt einer der letzten europäischen Rennen. Danach geht es ja erstmal auf die anderen Kontinente. Ob es nun nach Asien geht. Südamerika. Nordamerika. So. Wie gesagt. Wenn ihr jetzt denkt so von wegen... Oh, der Immon, der klingt aber grausam. Ja, komm. Leute. Das ist nur ein Schnuppen. Er ist nur ein Schnuppen. Und nur ein bisschen Huscheln. Mehr ist es nicht. Das ist nicht so, dass ich hier vielleicht sterben werde. Ja, so weit kommt es noch. Ich könnte ja gar keine Bundesliga zum Schönen sehen. Wäre schlecht. Aber es heißt einfach auch, dass wir wahrscheinlich im Rennen des Öfteren... Also wenn das hier nicht einfach frei laufen sollte... Im Rennen des Öfteren mal kurz Pause machen. Kurz schnaufen. Ausschnaufen. Und dann weiter. Natürlich so ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt so ist. Und dass nicht das Rennen von Singapur das betrifft. Ich meine, von Singapur wäre halb so wild, wenn das daneben gehen würde. Das in Italien ist schon schlimm, dass es daneben gehen würde. Boah, als 28 ist okay. Aber Ocon ist doch der einzige, der mitgefahren ist. Na ja, jetzt würde ich fast schon sagen, dass das jetzt nicht so viel wert ist, leider. Jetzt müssen wir aber sehen, wie viel das wert sein kann. Also knapp dahinter. Äh, davor, Entschuldigung. Dahinter hatte ich schon gesagt, ne? Ocon im Frost in mir. Guck mal, jetzt schlagern wir hier auch nicht so rum. Und dann geht doch das Delta gleich nach oben. So wie ich es haben möchte. Ja, nur abgekürzt, sehr schön. Eigentlich war das schon ganz schön herber. Also bei normalem Rennverlauf hätte es auch gut und gerne dafür schon eine Strafe gegeben. Doch, aber so gefällt mir das. Guck mal, die Zeit ist doch viel besser. Guck mal. 1,26. Das ist doch eine viel, viel bessere Zeit. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wie das Delta jetzt, in welchem Hinsicht das Delta jetzt geht. Ah, das war nicht gut. Guck mal, können wir jetzt zu wochen. Bei der Anfang war nicht so dolle. Stroll hinter uns. Müssen wir mal gucken, wie das halt mit dem Setup aussieht. Also, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich vielleicht noch nicht mutig genug hier jetzt in der Strecke bin. Wir müssen einfach gucken, wie die Top-Fahrer fahren. Oder wie gesagt, Ocon und Stroll, die sind jetzt nicht diejenigen, die unter Maßgab sind. Dazu fahren wir auf Medium. Aber einfach so ein Stroll mit seinen Supersofts. Ja, da fahren wir nicht mehr. Ich würde davon nicht vergessen. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxen stopp innerhalb von zwei Runden. Also, mit den Mediums läuft es. Müssen wir gleich mal gucken. Bisschen die Zeit abwarten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also wir können uns da gleich nochmal kurz den Wetterbericht anzugucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich mit den Mediums jetzt überhaupt nicht funktionieren wird mit der Bestzeit. Das wäre es natürlich. Wenn echt die Mediums jetzt hier das kriegen. Wenn die das hier echt kriegen, da wir eine Bestzeit haben und alles ist super. Das wäre natürlich echt grausam. Dann wären unsere Konkurrenten echt luschen. Muss man einfach sagen. Dann muss man definitiv was uns überlegen. Stroll hat in der ersten Sektor bessere Zeiten gefahren als wir. Aber das sind, wie gesagt, das sind nicht unsere Maßstäbe. So. Wettertechnisch wird es sich nicht ändern. Supersofts sind eine Sekunde schneller. Wir machen mal ein bisschen vor. Einfach um zu gucken, was wir denn hier als Sektorzeit-Eventual. Guckt mal an. Guckt mal an. Guckt mal an. Also der Vettel ist relativ nah dran an uns. Die anderen da unten sind noch nicht gefahren. Würde schon gerne nochmal dann dementsprechend rausfahren. Und zwar dieses Mal dann mit den Supersofts. Also mit den, ähm, jo, mit dem Supersofts. Fahren wir mal drauf. Um jetzt einfach zu gucken, wie das bei den Supersofts aussieht. Ja, Ricardo ist jetzt auch da. Schönen guten Tag. Ich wollte eigentlich raus. Obwohl ich kenne das ja mit Ricardo. Der steht ja immer irgendwie gerade dann sehr ungünstig da, weißt du. Immer. Wir haben ja schon den diversen Rennen gehabt. Jetzt stehen wir da und denken so, ja gut. Wir waren auch in der Box. Wir sollten nicht herkommen. Also Vettel knapp hinter uns. Und das mit den Supersofts. Also, ne, unsere Zeit war nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Aber interessant, dass Stroll immer noch auf Platz 3 steht. Das ist nur ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Dass der Williams so weit vorne ist. Weil Ricardo ist ja auch rausgefahren. Also. Wenn der im Rennen jetzt so richtig stark fährt, dann kann er für die Williams Punkte holen. Was natürlich sehr zu begrüßen wäre, ehrlich gesagt. Ich mag das ja auch gerne, wenn auch wirklich viele Autos auch mal Punkte kriegen. Früher bei den Formel 1 Spielen war das einfach auch so, wenn ich schon Weltmeister war, dass ich dann die vorderen einfach ausgebremst habe, dass die hinteren Punkte kriegen konnten. Wenn wir hier natürlich nicht machen. Weil, nö. Sie hätte ich ja nochmal überlegen können, noch so eine Challenge anzufangen. Wenn man Weltmeister ist, dass wir wirklich von hinten nach vorne fahren. Aber, äh, auch nicht. Auch nicht, mit der Begründung. Dass wir vielleicht genau da dann die Punkte brauchen für unsere Konstrukteurswertung. Das war sehr spät gefremd. Dann haben wir Kimi noch vor uns, der uns Platz macht. Der weiß ganz genau, der muss ja Angst haben vor uns. Die ganzen Ferraris müssen Angst haben vor uns. Ich habe ja schon öfter gesagt. Ja, das war Gießbett. Aber 1-3 schneller. Das ist das, was mir jetzt gefallen will. Die Zeit ist super. Um etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzindock raus. Na, weil wie gesagt, wir sind sehr knapp vor Fettel. Ja, das war sehr spät. Aber ich denke mal, das wird sogar für eine Bestzeit reichen. Jo, das hat 25, 1, 5. Noch mal weiter, ob wir es noch jetzt auch noch mal auf die Spitze bringen können. Das heißt, dass wir es noch mal verbessern können. Wenn ja, dann, äh, ne, klar. Gut, das ist von selten dämlich. Aber hier sind wir ja auch über die Spitze gefahren. Was wir jetzt hier direkt weg machen können. Super. Besser aus der Kurve gekommen. Na, bessere Zeit. So. 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 Ja, müssen wir jetzt gucken, ob wir das Risiko eingehen. Ob wir sagen, komm, das Delta wird schon hinhauen. Wäre nicht. Nee, wird's nicht. Deswegen direkt in die Box. Wird's nicht. Ihr habt das gesehen, wenn man um die Kurve rumgefahren ist. Äh, wo das Delta definitiv schlechter. Also, das heißt, wir sind relativ doof um die Kurve rausgekommen. Heißt also, lieber in die Boxenkasse geben. Das wäre keine bessere Runde gewesen. Und dann können wir ein bisschen Zeit einsparen. Bisschen Reifen schonen. Bisschen Nerven schonen. Alles drum und dran. So, dann können wir auch gleichzeitig mal ein bisschen beobachten, wie denn die anderen fahren. Also, mit den Supersofts, also mit den Bedingungen, mit denen die anderen fahren, sind wir besser. Und das deutlich. Ähm. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1. Aber. 25,1. Ja, ja. Aber, Hamilton ist derjenige, der unser eigentlicher Gegner ist. Wollen wir mal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht mehr raus müssen. Ja, Hamilton fährt nicht die Zeit, die man erwartet. Stroll ist auf Platz 7. Also, das ist keine schlechte Leistung von ihm. Gut. Ich würde sagen, so können wir fahren. So können wir dann den großen Preis von Italien gestalten. Und darauf hoffen, dass das alles super läuft. 1,8 Sekunden schneller als Vettel ist natürlich gruselig, klar. Aber wir brauchen halt jetzt wieder nachdem, nachdem da in Belgien, das ist etwas schief gegangen ist, doch wieder ein bisschen Motivation. Und deswegen. So, 1,7. Passt. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Verstappen, Vettel und Sergio Perez. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. So, ich habe kurz mich nicht gehört, lag daran, ich habe ein bisschen, egal. Also, dann schauen wir mal, wie das jetzt im Training läuft, ob es besser läuft oder ob es genauso läuft. Das ist nämlich die wichtige Frage, bleiben wir oben oder nicht? Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo die Monster. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue, spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Deswegen, wir müssen jetzt mal gucken, mit was wir denn fahren. Ich denke mal, wir fahren mit dem Supersoft, definitiv. Und am besten direkt jetzt, wenn... Warum nicht? Alles fertig? Warum nicht? Nächste, da fahren auch schon die ersten raus. Klassisch, Einführung, Sonne, Mager, Vorfahren ruhig. Weil vielleicht brauchen wir zwei. Vielleicht brauchen wir zwei Runden. Vielleicht eine. Das würde ich zeigen. Deswegen. Wir fahren erstmal hinter dem Renault hinterher, wer auch immer das ist. Versuchen dann, so schnell wie möglich einmal rumzukommen. Vielleicht könnte natürlich der Renault dann später derjenige sein, der uns aufhält, klar. Vielleicht kriegen wir ihn aber auch schon vorher. Dann können wir ihn jetzt schon doch hochstellen. Ich weiß nicht, ich habe nur auf Standard jetzt hochgestellt. Dann können wir ihn jetzt auf Max hochstellen. Das ist Science. Den kriegen wir vielleicht auf der Strahlen. So, vielleicht kriegen wir ihn hier. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Zu weit. Das war zu weit. Da wollte ich zu viel. Das ist dementsprechend eine ungültige Runde. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber wir können mal gucken, wie unsere Zeit dann hier so ist. Und schön konzentriert bleiben. Ich weiß, wie gesagt, ich rede hier heute wenig. Na, habe ich ja zu eröffnen und gesagt. Warum? So, dann geht's wieder hoch. Nächstes Mal wird's besser. Erlaubt nochmal. Nächstes Mal wird's besser. Battlefett 1,24,6. Unsere Zeit wäre 1,24, wir wären schneller gewesen. 1,24,2. Ich habe DRS vergessen. Oh, wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das war etwas zu schnell Gas gegeben wieder. So, vielleicht kriegen wir sogar mit Windschattennähen überholt. Du kannst uns nicht hier weiter ausdenken. Das war sehr weit rausgedrängt von Räikkönen. Die sind trotzdem besser. Perfekt. 1,22, Räikkönen. Würde ich mal sagen, das ist Pole. Das ist Pole Position. Aber wir müssen, dafür dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, dass wir Räikkönen Windschatten hatten. Also, das wäre vielleicht auch ganz anders gelaufen, ohne diesen. So, wir schaffen es einmal auch noch in die Box. Ich denke ich. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Aber eine gute Zeit, eine 1,22,5. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit habt. Also, für mich als Anfänger, wenn man das so bezeichnen kann, ist das okay. Also, ja, bin ich mit zufrieden. Ihr da draußen, wenn ihr jetzt eine höhere Stärke gestellt habt, dann wisst ihr ja eigentlich, wie man da einmüsste hier in dieser Strecke. Aber für mich reicht das. Für mich reicht das. Für die CPUs in der Stärke, die wir haben, reicht das. Vettel ist zweiter, Räikkönen dritter. Wir müssen einfach gleich gucken, wie viel Zeit wir denn an der gesamten Situation haben. Ja, Räikkönen dritt auch in die Box. So. Jetzt wird sich das zeigen. War unsere Zeit wirklich gut, oder schien sie nur, dass sie gut ist? Das ist die große Frage. War sie gut, oder schien sie nur so? That is the question. So. Also. Und die Antwort lautet, so, sie war gut. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 22,5. So. Dann ist es so, dass man mir ja den Trick verraten hat. Mir hatte man ja gesagt, so von wegen, wenn du jetzt mit den Reifen rausfährst, sind die automatisch schlechter. Das heißt also, man sollte das überlegen. Ja, wir gehen auf Soft. Oder starten wir mit dem Rennen auf Softs. Wir sind 0,4 Sekunden langsamer. Wir starten auf den Super Softs. Starten auf den Super Softs. Denn wir gehen jetzt raus, um es wieder reinzugehen. Einmal einfach nur rum. Ich weiß. Der eine oder andere wird jetzt sagen, so von wegen, ist das echt dein Ernst. Ja. Ähm. Jo. Wir fahren ja raus. So kann losgehen, sobald du bereit bist. Weil ich denke mal, das reicht mit Polen. Brauchen wir ja nicht irgendwie... ...nau ne Runde fahren. Wie gesagt, wir fahren einfach jetzt nur die Runde, damit wir bessere Reifen haben. Mehr ist es nicht. Für mehr ist es nicht. Deswegen fahren wir auf Mager. Einmal nur rum. Dann würde ich bessere Reifen. Nicht zwei Runden alte Reifen, sondern nur eine Runde alten Reifen. Kann theoretisch auch abkürzen. Aber ehrlich gesagt, denke ich mal, hoffe ich mal, dass das dann Regelverstoß ist. Und dass das Disqualifikation bedeutet. Ne. Ich hoffe, dass ich das so richtig verstanden habe. Ne. Da können ja einige jetzt dann in den Kommentaren schreiben. Jupp, das hast du so richtig verstanden. Wir fahren jetzt wirklich mit einem Reifensatz raus. Mit dem wir dann einfach direkt reinfahren. Wieder. Und dann haben wir ganz relativ frische Reifen. Zum Rennanfang. Wir können gegebenenfalls gucken. Was für ein Vorteil das haben wird gegenüber den anderen. Das wird sich zeigen. Weil wir brauchen keine Runde mehr. Da lege ich mich fest. Wir brauchen keine Runde mehr. Das ist jetzt ein Dreher von hier. Von vor dem, der jetzt vor uns ist. Der jetzt sehr schnell vor uns ist. Ausgedrehen oder was weiß ich. Scroll ist das. Ja. Vielleicht funktioniert diese Taktik vielleicht auch nicht. Die sind aber ganz schön schnell gespawnt, die Leute. Die sind nicht mal rausgegangen. Die waren einfach da. Zack, waren so da. Beängstigend. Sehr beängstigend. Liebe Game Master. Code Master. Entschuldigung, Game Master. Wie komme ich auf Game Master? Ich weiß das nicht. Liebe Code Master. So. Da wird es beschreifen. Session. Sieht super aus. Ja. Zwei Sekunden Vorsprung. Rauchen wir nicht mal raus. Ein bisschen heftig vielleicht in Italien. Ja, aber... Was soll's. Was soll's. Das wird dementsprechend hoffentlich wieder ein einseitiges Rennen. Hoffentlich wieder ein ruhiges Rennen. Ein entspanntes Rennen. Keine großen Aufregungen oder ähnliches. Das würde mir ja auch heute insbesondere helfen. Wenn das nichts Besonderes ist. Stroll auf 15. Gut. Also. Hoffentlich wird das ein sehr langweiliges Rennen aus meiner Sicht. Ne? Ich hoffe für euch. Ihr versteht es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.